Nein, hör auf jetzt, es reicht jetzt, es reicht jetzt, hör auf, ich sterbe, den hör auf, hör auf, nein, hör auf jetzt, Schluss, Schluss, hör auf, boah, du bist eine kleine Pissnäcke, ey. Guten Tag wünsche ich euch und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Folge von, hallo, nein, hör auf, gespielte Dienerabenteuer in Toy Story 2, richtig, und wir sind hier oben auf dem Küchenschrank, hier ist ein Spinnnest, da brennt, Warte kurz, was essen, äh, was wollte ich noch sagen, oh, ich werde voller Energie, brrr, ah, Kasse, ich gehe da durch, Ich schaff das. Was wollte ich überhaupt noch sagen, was für eine Folge ist das jetzt, kannst du ungefähr abschitzen? Ja, Pipapo 6. 6 Pip? Sieg an wie Sex. Ne, den hat 6 gesagt. Ja, du bist jetzt einfach vorgerannt, ne, du kleine Pissnelke, ey. Ich lauf einfach geradeaus durch. Oh, Kiste! Ist klar, Diener, du bist echt... Kiste, 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 das ist meine, 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 ja. Ja, ja, komm, geh rein, geh rein, geh rein, geh doch rein, nein, nein Oh, du hast einen Megasprung gemacht, oh, gute, drei Punkte, würde ich sagen Kack, ey, kack, Bob, ey Ja, hier war ich schon, ich bin da von da oben einfach runtergesprungen Ja, und dann, wer war das der erste? Scheiße, ey Oh, da war es Nein, wir sind zu dumm Wir müssen den Weg jetzt nochmal gehen, aber da oben sind Sachen drauf Sind wir beide runtergeflogen? Ja Ja Dina, das war, da darfst du nicht Nein, ich hör auf Nee, geh weg Du Spacke Du darfst nicht zu mir teleportieren Mann Ey, hör auf So, okay, jetzt Wir müssen jetzt den Wickel hoch, wir müssen jetzt den Wickel hochlaufen Wir müssen da doch reingehen, dachte ich Hä, wo rein? Na hier, in den großen Mixer Hä, und dann? Dann guck mal, was da drin ist Was? Hier Da waren wir schon drin, Dina In der Kiste, im Wasser? Da waren wir in der letzten Folge drin, du kleiner, lappenhafter Lappen, du Wie sind wir reingekommen? Wir sind da reingekommen, indem wir von da oben da raufgesprungen sind Jetzt komm, wir müssen uns da wieder ganz schnell wieder hoch Okay Oh, hab überlebt Ähm Also ich war da nicht drin Ja, ich aber glaube es mir Ich weiß, wovon ich rede Da war ich drin Okay, dann öffne die Kiste Ha Da war noch eine Wasserflasche drin Ja, die hab ich extra drin gelassen, weil das alles nur Crap ist Ah Du Apfer Ich hab's wenigstens nützlich, mich zu teleportieren Übrigens, falls ihr euch wundert, warum jetzt die Nein Nein Lappen Falls ihr euch wundert, warum die Location anders ist Also nicht mehr die grüne Wand wie sonst Ich bin gerade bei meiner Freundin Das heißt, äh Ja Ich hab's, mein PC ist umgezogen, weil ich gerade Bei meiner Freundin am Wochenende Hier schön Zu Besuch bin Okay, sag mal was Ich hörte sie kaum Vielleicht ist die eine der nächsten Folgen zu Gast Deren, du kannst ja gar nichts Ja, Entschuldigung Ich weiß Ich springe Und springe Und die Sonne über Futschiyama Oh nein, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da Wie bist du letztens mal hier hingekommen? Tja Das wirst du mich wohl gerne fragen Ich frag's mich auch Ich hab's schon Jetzt willst du mich gleich teleportieren, du kleiner Schmuck Ne, ne Ich hab das auch so Nein Du Spacko Oh, du hast es sogar noch geschafft So, jetzt schnell weg Nein Der hat mich selbst geschossen Du Klacklappen So Oh, es war dunkel Weißt du, dass ich das mache? Weißt du, dass ich das mache, Dena Ich will mir einfach ein Bett hier oben hinsetzen Damit ich das nicht nochmal machen muss Ja, ich hab's geschafft Oh, Monster sind hierbei Ich kann nicht schlafen Scheiße Ich wollte eigentlich im Bett schlafen Aber das sind Monster Ja, geschafft Okay, lauf Dena, lauf Wir dürfen nicht nochmal runterfallen Komm Aua Nein, hör auf jetzt Es reicht jetzt Es reicht jetzt Hör auf, ich sterbe Den, hör auf Hör auf Nein, hör auf jetzt Schluss, Schluss Hör auf Oh, du bist eine kleine Snack, ey Ne Aus Hä, wo bist du überhaupt Du bist Du gehst einfach durch die Spinnnäste durch Dann gehen wir auch mal hinterher Gehen wir mal hinterher Dena Ist das eine Kiste? Warst du an der Kiste schon dran? War ich sie nicht? Ne, ne, schon gut, schon gut Ich kann die ja nicht öffnen Sind hier Monster an dir ist bei? Warte, sind hier Monster an dir bei? Ne, sind Leider sind hier Monster an dir bei Ein Wither Skeletten Skull Äh, ich meine ein Pizza Token Das war meiner Ich bin auf jeden Fall Erster Wenn ich dich kriege, ne? Kleine Kiste Ja, dann, dann, dann Was dann? Dass der Dena es doch geschafft hat mir hinterher zu springen Jump'n'Run Und dann plötzlich vor mir ist Ey, der Dena, wo ist da ganz Noch einer Ey, schieß nicht Gib mir meine Okay, 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 ich höre auf zu schießen Waffenstillstand, Waffenstillstand Du kannst nicht einfach alle Kisten nehmen Das geht so nicht, Dena Das geht doch nicht Nie noch lang Scheiße Was ist das für dummes, was ist das für dummes, äh, wie heißt das, äh, hier, äh, du weißt schon, Labyrinth Die Kiste ist meine Schöne, Digga Ich kann sie nicht öffnen Man kann sie nicht durch die Spinne jetzt öffnen Ich hab das, äh, ha, ha, ha Geh weg, Dena Oh Mann Wow Ja Nein Checkpoint Checkpoint Oh, danke Gott, ey What you gonna do What you gonna do When we come for you Checkpoint Ey, das war ich nicht Das war ein Skelett Wo? Ja, irgendwo hat ein Skelett geschossen Ich hab nicht geschossen Ich hab auch keinen Bogen gelernt oder so Neue Kiste Mit einem Buch Oh, kack, kack, kack Ich weiß schon, wo Ich weiß schon Noch ein Buch Hä, was war, was hast du? Nichts Irgendwie ist unfair Ich hab einfach auf die Popo gedrückt Die ganze Zeit Weil da kommt auch immer mehr Sachen raus Als nur eins Oh Mann Ich hab das Buch angeschaut Ja, Dena Ich würd mal sagen Ähm, wie viele, wie viele Punkte hast du? Ich hab mal 64, ne? Jetzt hast du gar nicht das Buch gelesen Oh, Buzz Please help me I ate Pizza Planet Tokens And now I'm sick Please remove it from my stomach Und du hast einfach so gemacht, du Hier Schenk ich dir Aber ich hab noch ein weiteres Buch Oh, Buzz It is good to see you I have a little problem with my sister Which is lost yesterday I thought you will be here But she isn't I think she might be in the basement Please find her And don't forget About this poor piggy Which is stuck up there Haben wir das schon mal gelesen? Ah 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 Tchum Ah Nein Ah Baba Uuuuuh Uuuuh 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 Falsch Man sagt auch sie Um etwas besonders zu betonen Ha Was für ein Wort hast du Was für ein Wort meintest du? Weiß ich nicht mehr Auf jeden Fall hat Denas hat gesagt Man sagt auch sie Wenn man etwas besonders betonen möchte Ja Naja Ja Ja Ha Denas I thought she will be here But she isn't I think she might be in the basement Please find her And don't forget about this poor piggy Which is stuck up there Also wir sollen Scheiße ich muss nochmal da runter Jetzt bin ich Nein ich bin hier oben Jaja das ist auch richtig so Ich hab da glaube ich noch einen Geheimgang gefunden Ich glaube wir sollten ja zu dem Schwein Boah ich hab in den Kommentaren gelesen Die Leute schreiben die ganze Zeit Oh da hast du einen Punkt übersehen und so Ja oh ihr müsst Du musst gegen den da gewinnen mit den Punkten und so Ich muss mir alle Mühe geben ey Da Wir müssen hier runterspringen Den da hier In den Küchenschrank müssen wir reinspringen Wo Nein schon wieder ganz knapp daneben Ich versuch das eben ganz kurz In diesen Küchenschrank Ja Nein sag nicht wo Wo bist du Ne hier war was aber jetzt nicht mehr Hast du dir irgendwann schon geholt Oh ich hab ein Bach Ah Was hast du Ich hab geschlafen Bin ich hier auf dem Ja Bin drauf Okay gibt's hier auch was drin Das ist ich bin Jawohl Ich hab ne Münze gefunden Zack Das war's So ein Kaffeeschrank war das hier Ich bin ganz außerhalb Ich muss zu dir Ich war außerhalb der Map Hä Wie konnte das denn passieren Ja Okay Ich weiß Ich hab schlafen im Bett Und danach war das so Ach nein Wenn du im Bett schläfst und das macht das Bett kaputt Dann kannst du doch nicht mehr spawnen Du doof Du darfst das Bett nicht kaputt machen Ups Ja wenn du in dem Bett Du kannst doch nicht dein spawn point Jetzt hast du meinen spawn auch kaputt gemacht damit glaube ich Ja jetzt müssen wir mal gucken ey Ja jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein Das ist mal hier ganz Ja toll Und hier unten drunter ist die Tiefe Hast du nicht noch ein Bett um hier einmal drin zu schlafen Ah doch stimmt Ja 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 jetzt gehst du da rein ist klar Aufstehen Ja okay warte Pass auf ich spring jetzt runter Ne ich spring runter Und wenn ich den Schatz überlebe Nimmst das Bett mit Und dann gehen wir beide Also warte kurz Ich geh erstmal Ich geh Na okay Such du ein Checkpoint Vorne an der Küche Der Checkpoint vorne an der Küche Aktivier den bitte Okay Geh schnell dahin Beeil dich Zur Küche Zum Checkpoint An der Küchentür Nein gut dass du das Bett hast So jetzt geh nochmal Okay Oder soll ich diesmal gehen Ja geschafft Ich hab das Bett wieder meins Au Alter Ja ich hab's geschafft Los jetzt Ich geh zum Checkpoint Oh danke für die Pfeile Geh zum Checkpoint Labio Jetzt Dankeschön Girolimo Ich hab keinen Fallschaden bekommen Bin ich im Gottmund? Ich hab irgendwie Genau vor dem Absprung Hab ich nochmal einen Sprung gemacht Kriegen wir auf Wolle Keinen Fallschaden Warte mal Gibt's auf Wolle Fallschaden Warte mal ganz kurz Natürlich ist doch Wolle Fallschaden Ja ich bekomme welchen Hä? Wie hab ich das hier gemacht? Like a boss Fuck Fuck user So das Das ist NoDos Du hast NoDos drin Ja das stimmt Das stimmt Ich hab NoDop drin So Wie kommt man denn jetzt hier so Irgendwohin wo es cool ist? Na 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 Wir müssen In Space Was ist denn überhaupt das Basement? Katie was heißt Basement auf Deutsch? Sie waren noch nie gut in Englisch Sie waren noch nie gut in Englisch Complete Quest in Living Room first Wir haben jetzt alle Quest in der Küche Wir müssen ins Basement Ja Basement Ist ja eigentlich Keller Oder Untergeschoss Das kann ja beides sein Heißt Basement Keller? Ja Katie Ja Hast grad geguckt? Ja Okay wir gehen Wir sollen jetzt ins Basement Ne? Ja Complete Quest in Kitchen first Ja okay Haben wir Haben wir Okay Aber Deena Ich glaube hier in der Tür Gibt es bestimmt was Geheimes Sonst wäre die Tür nicht so blöd Mal Guck nochmal drunter durch Ja und wer hat hier was gefunden? Ich würde sagen Hö 64 Ich hatte schon Achso das waren Von den anderen Nochmal Ich gucke mal unter die Tür drunter durch So Aua Du willst ein episches Bogen Battle? Ja Du meinst Laser Battle Laser Strahlen Battle der Hölle Laser Strahlen Battle Of the World Of the World Champions Wow Wow Punkt Ah du Spacko Ich habe ihn noch bekommen Ja du hast ihn noch bekommen Du kleine Sau Spacko ey Ich war in der Küche Da darf ich mich zu dir porten Hä Ach wir haben keinen Spawnpunkt gesetzt Noch einer Ey was denn du Pissnelke Na Ich habe ihn bekommen Ich habe ihn bekommen Nein ich lebe noch Nein ich lebe noch Du bist doch ja Ja ich lebe noch Ja jetzt bin ich am Nirgendwo Ha Jetzt bist du in der Küche oder Ja Nein Nein Oh Spacko Nein Ja Na Achso beide Ja Du bist die größte Pissnelke die ich kenne Oh guck ich sehe ganz viele Upp Nein Okay Okay wir müssen mal anfangen Äh Äh Oh Ich habe auch noch einen gefunden Checkpoint Hilfe Hilfe ich werde von kopflosen Zombies angriffen Okay Hä was ist das hier Was ist das hier für eine grüne Soße Das ist äh Nuklearverseuchte Ich habe die Quest im Basement Hinter dir läuft jemand her Ey da war doch mit Sicherheit auch noch irgendwelche Punkte drin oder Ne ne da waren nur zwei Bücher drin Wirklich ich schwöre kannst du mal eine Aufnahme sehen Ich würde sagen wir haben jetzt 15 Minuten ungefähr Dener Äh Ja du bist tot Hast du hier ein Checkpoint gesetzt Ja da Perfekt Ich würde mal ganz kurz sagen Ich hole mir auch ganz schnell diese Punkte da vorne Nein Ja Und dann geht es bei dir weiter Nein Nein ab mir die Nuklearseuche Nein 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 Okay ich würde sagen Die Punkte holen wir uns dann in Deners Aufnahme Der Raster du bist in der Pistenhecke Ja Meiner Wuhu Nein Schon brannt Oh ja warte in der Zeit wo du brennst Holst du dich an dann einfach Das schaffst du nicht niemals Never ever ever Nein Ich brenne Ja Ah Schnell 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 Nehme dir Nein hör auf Dener Hör auf Ja Nein Ich habe ihn Ich habe ihn noch Okay Ich habe jetzt Okay komm jetzt Dener Die nächste Folge geht bei dir Komm jetzt zurück Ich bin doch hier Komm zurück Ja man Herausforderung Ja du bist doch Komm wir machen ein Ein faires Äh Komm ein Laser Battle aus dem Abschluss Okay Und äh Bevor Wir jetzt dieses Battle hier kämpfen Müsst ihr in die Kommentare schreiben Wer gewinnt Dener oder ich Und wenn ihr dann richtig liegt Seid ihr gut Aber beschummelt euch selber nicht Ihr habt jetzt 3 Sekunden Zeit zu schätzen wer gewinnt 3 2 1 Der Kampf beginnt dann ist die Folge vorbei Los Dener Nur Laser strahlen Nur Laser strahlen Nur Laser strahlen Ups Ihr habt ein Bett in Hand Da Da Ja Wieso bist du so schlecht Das frage ich nicht doch Schreit das Das frage ich euch bei dir doch auch Den das frage ich bei dir doch auch Oh 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 Scheiße Nein 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 Ja BAM Headshot Okay Gut Alle die jetzt für Dener getippt haben Hahaha Falsch Okay Gut Dener Wollte ich einfach mal sagen Hey komm her Die nächste Folge seht ihr Jetzt springt schon wieder in die nukleare versuchte Gülle Ähm Ja dann würde ich sagen Wenn es euch gefallen hat lasst du posten die Wettung da Das war der Abschluss der Küche Jetzt geht der Keller los Der sieht schon sehr interessant aus Und wenn ihr den Keller sehen wollt Dann geht es zur nächsten Folge zu Deners Kanal Bis zum nächsten Mal Und tschau Leute Tschuuu